mit was wir es hier zu tun haben okay wir müssen wieder den steinblock hier nach oben schieben, transportieren, whatever äh, nein, 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 das sollst du nicht machen, das sollst du nicht machen, ganz bestimmt nicht äh, super ghost kamikaze aktionen kommen erst zum schluss ja, und hoch und laufen, 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 balloxieren und springen und das sind wir schon was willst du denn hier aufs Maul also ach okay, da müssen wir den felsbrocken umladen ja gut, ein kleiner umweg, müssen wir aber in kauf nehmen, also komm hier, nimm den, nimm den felsblock ja, die monster da oben, die können wir gerade mal sein lassen, die stören uns nicht weiter die kriegen sie gleich fett aufs maul, dann ist Ruhe na na, wo ist denn das hier soll den kleinen felsblock hier durchschieben können so, ab in den aufzug und den aufzug dann hoch komisch, dass die monster sich nicht fragen, warum sich da der aufzug bewegt ne aber gut mir soll es ja egal sein ich spiele ja das spiel bloß ja, du hast mich gesehen, freu dich guck mal aua und tschüss aua und tschüss und aua und tschüss so, Idioten aber es ist komisch, dass hier keine Musik läuft ich weiß auch gerade gar nicht, was ich da machen kann, dass er wieder geht Moment, ich kann hier mal hier eine Pause benötigt, bitte Funktionen Sound stetigen, speichert sehr gut, ich mache weiter nö, da kommt keine Musik, okay hm, komisch so, den felsbrocken müssen wir jetzt hier reinschieben äh, hier rein so, dann geht das nämlich hoch und da können wir dann von der Wand aus reinjumpen muss man auch erst mal wissen ist ein bisschen versteckt und verkackt gemacht worden von den Entwicklern aber naja, ein bisschen Rätsellösen gehört auch dazu nicht nur sinnloses Abschlachten von Monstern hu, okay oh, gerade noch so okay gut gut, 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 gut jetzt ist natürlich die Frage wo geht's lang wo geht's weiter müssen wir da rüber es sieht wohl so aus jo und wiederum haresbreitige Stadt haben wir Sand jawohl, wir haben hier Sand und wir arbeiten uns Stück für Stück nach oben na, wieder ein paar Vögelein nein, 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 nein nicht runterhängen nicht die Kante heiraten Prinz, nicht die Kante heiraten du heiratest bestimmt jemand anderen aber nicht die Kante und ganz bestimmt nicht heute so und wieder ein Stockwerk höher so, das kann man kurz aufgehen und kann wieder zugehen aua, 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 aua okay, da brauchen wir die Zeitlupe und kein Sand ist ja eine Frechheit nein okay, die hat ein beschissenes Timing die Drecksäge aber nein, das kann doch nicht sein, oder ach, nee, komm ey, du hättest nur einen Millimeter weiter rennen müssen einen Millimeter oder einen Schritt einen Schritt aber nein hat er nicht gemacht Mensch ärgerlich ach, wir kommen direkt hier raus das ist ja geil wir kriegen direkt wieder vollen Sandbehälter Anzahl das ist ja richtig geil ui, der war wieder knapp ja komm, sicher ey was macht er denn meine Fresse Kollege, Kollege aua Sand so ja, ist gut ja, ist doch gut Mensch alter Kollege ey, das Spiel ist so frech ja ja, was ist das denn man kommt schon vom Anschauen Schaden oder was ja endlich du es wird auch Zeit halt die Schnauze und gib mir Sand na was denn na was denn na wie haben wir es denn ja sag mal hab ich nicht gesagt du sollst sterben unhöflich die Leute heutzutag Sand ne, natürlich nicht ok zwei Sandbehälter wenig Energie Berserker ich guck mal kurz nach so Moment dauert wieder ganz kurz äh 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 doppelte Ärger Berserker zerstöre 200 Objekte jay haben wir geschafft sehr geil gibt dir hier mehr als genug also ist locker zu schaffen die Errungenschaft ja und da ist die Musik auch schon wieder aus schade mal ein bisschen mehr Musik hier spielen ein bisschen was fürs Feeling tun hier man braucht ja auch so ein Spielfeeling sterb doch einfach weg so Energie eigentlich Energie sondern äh Sand der Zeit aha die hat ne Dauerschleife Dauerback anscheinend alles klar so ähm ja ich denke mal der gehört da rein aber weiter weiß ich das ah da drüben hallo ihr Vögelein Ups na was macht der denn da Schnauze 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 alles sammels Maul halten so gut alles gut doppelhändig ja die wissen wir ja die Errungenschaft und hoch mit dem guten Steinchen aha kommt noch ganz oben gut dann wow 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 wieder über Umwege ich muss mal ins Mikrofon reinquatschen merke ich gerade aber so kann ich eigentlich optimal ins Mikro reinquatschen und auch sehe ich den Bildschirm auch noch hätte ich mal viel früher so machen sollen ach wir haben es dann voll ja gut okay Schnauze jetzt deine komischen Spassmann kannst du woanders machen aber nicht hier auf dem Schlachtfeld auch nicht naja ich weiß ihr da drüben habt mich schon wieder gesehen so komm ich mal rüber teilen wir kurz zwei aus so das waren zwei auf einmal ne wohlgemerkt zwei auf einmal und unser Steinchen kommt da rüber wie es aussieht na komm na 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 komm okay wir machen den Weg mal wieder frei prinz of personal bank hier weist euch mal kurz zusammen so siehst du sind ganz brav wow zart wie Lämmchen Lämmchen oh oh Lämmchen wo muss ich hin da wo muss ich und da hoch und dann und dann und dann hoppala hoppapapam guten Tag die Herrschaft ich darf doch mal kurz aufräumen ja ja du darfst mich mal gerne haben schnauze halten du sollst doch ruhig sein man so Energie ist aber auch nicht mehr so rosig Haus müssen wir mal gucken dass wir wieder ein Brünnlein finden da geht es wieder nach oben das sieht man auch hier an den Kratzspuren da dass man da nach oben muss also das Spiel weist einen auch schon darauf hin ich weiß die Information kommt recht früh ne es ist ja zum Glück nicht so dass wir kurz vorm Ende sind wow da bin ich jetzt einfach mal auf gut Glück gesprungen warum ruckelt denn das so ne es ruckelt nicht hm naja gut egal läuft mit 30 FPS das heißt es ruckelt nicht dann denke ich mir das gerade bloß dass es ruckelt nee 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 quatsch so moment hier nee runter hier runter so hier runter komm aber nicht da runter fallen so sondern hier so mit Anlauf hüi upser und hoch und hoch und und da lang hüi jahuuu jgd jahusa jgd jahusa 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 und wieder haben wir ein Stockwerk geschafft und sind ein Stockwerk näher am Visier wahrscheinlich soll ich die Geschichte hier fortsetzen wenn ihr nächstes Mal gut geht ja ein Safe darfst du mal kurz machen so der untere Turm jetzt haben wir wahrscheinlich den oberen Turm bestimmt schon erreicht bestimmt schon erreicht ja ja eine gute Stelle um nächstes Mal weiter zu erzählen wir haben bestimmt schon bestimmt den oberen Turm erreicht der ist ja ein deutlicher hallo hallo ah jetzt jetzt hat kurz der Controller nicht reagiert kleine technische Pannen während der Aufnahme kann ja mal passieren ist übrigens mal einer gemeint ähm dass das ähm Wasserlogo oben stört ähm es war im ersten Part ich weiß dass es mir zu groß geraten aber wenn noch was wenn was stört ne ihr guckt euch das an wenn was stört dann lasst mir einfach Kritik da sagt mir was ich vielleicht besser machen könnte wenn euch das Wasserlogo nicht gefällt dann sagt's einfach muss keiner jetzt Angst haben dass ich da dann sofort sauer bin ne Quatsch das ist vollkommen der Blödsinn man braucht Kritik weil ohne Kritik geht's einfach nicht ne weil der der Grund wenn man Kritik gibt also Kritik ist jetzt zum Beispiel ja pass auf das Video gefällt mir nicht weil da und da das und das war ne nicht einfach sagen das Video ist scheiße weil das ist Hating dann sei da auch nicht besser als die ähm kleinen Kiddies die wollen einfach sagen ja das Video ist scheiße es ist keine Kritik sondern das ist einfach Hating das ist scheiße sowas Kritik ist halt wenn man sagt ja pass auf so und so ist die Sache und da gegenüber bin ich vollkommen offen hier haben wir sogar zwei Brunnen was geht denn hier ab wie großzügig vom Spiel soll ich nächstes mal an dieser Stelle fortfahren ich glaube ich speicher hier gleich nochmal ich habe ja